Wegen des ersten neuen Corona-Falls nach 35 Tagen haben die Behörden in Vietnam die Schließung aller Bars und Nachtclubs in der Hauptstadt Hanoi angeordnet. Zudem gelte in der Stadt wieder eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Zuvor ist ein 27-Jähriger positiv getestet worden, der am 7. April aus Japan zurückgekehrt ist. Nach seiner Ankunft ist der Mann zwei Wochen in staatlicher Quarantäne und dreimal negativ auf das Virus getestet worden, bevor er mit einem Bus in sein Heimatdorf in die nördliche Provinz Hanam gefahren ist. Erst dann ist die Erkrankung erkannt worden. Mittlerweile seien acht weitere Fälle bestätigt worden, die meisten rund um Hanoi. Alles stünden mit dem 27-Jährigen in Zusammenhang. Das Dorf, in dem seine Familie lebt, wurde dem Bericht zufolge abgeregelt. Die etwa 1.000 Einwohner dürfen sich nicht mehr frei bewegen. Die Behörden versuchen nun die Kontakte des Mannes genau nachzuvollziehen. Vietnam gilt als Vorzeigestadt in der Bekämpfung der Pandemie. Bisher sind in dem südostasiatischen Land mit mehr als 96 Millionen Einwohnern nur etwa 2.900 Corona-Fälle verzeichnet worden. 35 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.